Jetzt heißt es Kleingruppenfitness im LH Univital. Gestartet wird montags mit Aquagymnastik und Ganzkörpertraining. Dienstag steht der Dr. Wolf Rücken Zirkel auf dem Programm. Mit dem speziellen Seniorenzirkel und einem Faszientraining punktet der Mittwoch, während der Donnerstag ganz auf Sling Training steht. Trainiere jetzt um 54 Euro im Monat, ohne Bindung und monatlich kündbar mit deinem Personal Trainer. Inklusive Kleingruppenfitness, freiem Training und Spa mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Relaxzone. Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. Jeden Dienstag steht Ihnen für ein unbeschwertes Training eine ausgebildete Tagesmutter für Ihre Kinderbetreuung zur Verfügung. Jeden Dienstag steht Ihnen für ein unbeschwertes Training eine ausgebildete Tagesmutter für Ihre Kinderbetreuung zur Verfügung.